Ja, bestimmt. Jo, heute mit dem Graspunkt 2.0. Geht das jetzt in Blume? Der heilige Graspunkt 2.0. Wo ist er, wo ist er? Der hier, oder? Seht ihr den? Ja, genau. Na, guck mal, der wackelt so. Der holt sich einen runter, ey. Hier, der macht das damit und damit und dann. Guck mal, hier, warte, Werbung. Werbung? Warte, Gerrit, guck mal. Kalender. Ach den hier. Kurz Werbung. Wie ist er da? Alter. Wie ist er da? Wie ist er da? Nein, nein, nein. Der kommt gleich hinter ihm. Der kommt gleich wieder her. Der kommt gleich wieder her. Der kommt gleich wieder her. Tüteleischen. Tüteleischen. Tüteleischen auf YouTube gefunden. Gern, gern, gern. Gern, gern, gern. Nein, danke. Deine Freundin ist übrigens da. Leckere Blumen. Ohne Scheiße jetzt so. Ja, komm. Seht ihr nicht, wie wundervoll. Von solchen werden wieder, wie schon gesagt, jeden Tag ungefähr 100 zertrampelt. Die armen Pflanzen. Wenn der Johannes kommt. Da kommt ein komischer Fuß. Und so tritt sie. Und zonk. Gute Demonstration. Sponsored by Johannes. Er hätte auch BSC-Fan. Gern, schön. Ich müsste puppen. Nein, ich wollte die BSC-Fanisちゃumen. So. Hier, noch ein Fenster. Sieht ihr, die... Seht ihr dieses Gras? Wie hat das Gras in das? uder! Lache, du! Oh, Lache! So, schonmal? John! Seht ihr denn auch diese, diese Steine? Wahnsinn, die sind so wundervoll! Die heiligen Steine! Und da werden fast jeden Tag hundert Taulungs drauf gehofft. Hast du auch schonmal den anderen, den klar erzählt, aber schnitt's drauf. Schass, Umweltverschmutzer! Hey, dazu gehörst du auch! Kobi! Leon! Ja? Ist das dein Bus? Ne, das ist nicht mein Bus. Ach, das ist dein Bus! Tess City! Fick dich! Hey, ich muss nach Potsdam! Halt's im Maul, du fährst nach Busen drauf! Halt! John! Du hast da keine Nachfrage! John, du musst... Warte, du machst... Du machst Werbung! Du bist Werbe! Werbe-Typ! Warte, ich brauch dein Zeichen! Yay! Adidas! Super Schuhe! Und... Andere! Der nimmt die Werbung! Das ist auch gut! Das ist eine sooo schlechte Mappe! Seht ihr dieses Ei? Das gehört Leon! Der hat richtig fette Eier! Ohja, das war ein Riesen-Ei, Alter! Richtig dicke Eier! Hallo! Hallo! Richtig dicke Eier! Hallo! Wieso ich? Ich bin ein Zeichen! Ja! Ich bin ein Zeichen! Alter Kopfball! Ich bin wieder meine Zigaretten auf! Ey! Warte! Warte! Ich krieg das hin! Immer die Zigaretten um! Ja! Ich film sie! Ich film sie! Leon hat gerade eine Zigarette angefasst! So! Und hier Leute! Hier, Leute! Seht ihr mal was passiert! Wenn? Wenn man einen John sieht! Und? Wenn? So ein Aufnahme-Handy auf dem Boden filmt! Profi, ne? Profi! Na, chill! Hallo! Hallo! Kurzer Einblick! In eine Mühe Tonne! So wird alles heutzutage weggeworfen! Ein kurzer Einblick für die Schule! Kann ich die Veranstaltung machen? Nein! Nein! Hier, das ist John! Hallo, meine kleinen Pamping! Guter Freund! Ja! Paprika! Dann könntest du Schluss machen jetzt! Ja, ja! Ich will haben es halt! Nein! Auch Gerrit, mit dem willst du denn Schluss machen! Ich kann es machen! Wir gehen nicht so weit weg! Warte! Wir gehen nicht so weit weg! Wir gehen nicht so weit weg! Warte! Ich filme John nicht! Warte! Das ist ein lustiges Dorf, ne? Du bist ein Dorf! Ein lustiges Dorf! Oder auch genannt Titten City! Hä? Und jetzt kommen wir mal wieder zum Grashalm! 2.0! Ja! Komplett rauszunehmen! So! Sexy! Ähm! Das passiert mit Grashalmen! Und wenn ein Grasmeer kommt, dann passiert das! Guck mal! Das ist eine seltene Spezies! Ein Graskind! Ein Baumkind! Ein Baumkind! Entschuldigung! Lass uns mal zu dem Baumkind gehen! 엔! Nein! Nee! Der bin jetzt nicht contactowana! Ein schlechtes Mitel in Bone, man solltet? gut Hier ist nochmal der heilige Brunnen. Mülleimer. Und hier ist ein kleiner Blumenlötchen. Da ist ja ein Chess auf dem drinnen. So eine schöne Wiese. Hat sieht man lange nicht. Das ist ein Lärm. Hier ein kleiner Einblick in mir. So Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr wollt. Das war... Und... Und Lern wurde sich auch übt über ein... was auch immer. Daumen hoch! Daumen hoch! Und ich bedanke mich bei den komischen Kameraputzi namens Gerrit. Und damit beenden wir beide und gebt keinen Daumen hoch. Mann spaßlich Daumen hoch. Und... Adios! Ich werde dieses Video nicht beenden! Das wird nicht beendet! Das wird nicht beendet! Nein! Das wird dein längstes Video! Nein! 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 Nein!